ja leute herzlich willkommen zurück zu diesem let's play wir holen uns jetzt den nächsten gefährten schurken was auch immer es handelt sich zu meinen soldaten ich glaube da ist und es geht um die todessoldaten ich vermute mal wir müssen einfach nur hier vorne hin da ist ja schon der rusk wiederholt unter abschnitt acht von artikel 446 des notstandsgesetzes als ob ich irgendwas davon gelesen hätte in eurer einzelzelle werdet ihr reichlich zeit dafür haben dort bleibt ihr bis ihr jede verordnung auswendig aufsagen könnt ja bei eurem nächsten vergehen landet ihr vor dem erschießungskommando verstanden ok ok schon kapiert meldet euch für alles weitere bei militärpolizist decker und jetzt raus hier gemäß dem vertrag von mark ab ist das hier republikanisches hoheitsgebiet diplomatische gesandte brauchen eine gültige autorisierung verschwindet auf der stelle ich bin nicht im auftrag des system pierems hier ich führe eine erlernst gegen zarkul an wer ist hier der leitende offizier das wäre dann wohl ich militärpolizeidirektor fiedelt in rasch legion der tod geweihten worum geht es hat mir erzählt dass sie vielleicht übertrag ziehen würde unsere sache mit eurer armee zu unterstützen ich habe gehört dass er im ruhestand ist stattdessen kämpft er da draußen gegen sakul für ein anführer seines kalibers ist das sicher besser als untätig herum zu sitzen aber es ändert nichts an den tatsachen kanzler madon hat der legion der tod geweihten den auftrag erteilt einen bandenkrieg für unsere hutten verbündeten zu unterdrücken ich kann meine armee nirgendwo anders einsetzen solange wir hier nicht aufgeräumt haben vielleicht kann ich helfen die sache zu beschleunigen das würde unsere operative effizienz deutlich steigern die weniger zeit wie auf nasha da verbringen desto besser unser ziel ist das syndikats mitglieder der schwarzen sonne zu finden die von kohos und geflohen sind um sich hier zu etablieren ich brauche informationen über ihre tätigkeiten gibt es irgendwelche hinweise wir können natürlich die schlimmsten viertel der stadt durch kämmen aber wir haben nur wenige brauchbare spuren informationen aus erster hand von mitgliedern der schwarzen sonne wären am hilfreichsten aber verlässliche unterwelt verbindungen würden unsere chancen noch mal drastisch verbessern wenn sonst nichts hilft müssen wir womöglich verbotene waren beschaffen um ein paar leute zu schmieren wenn das alles ist was wir haben müssen wir damit auskommen das hier wird mir als operationsbasis dienen ist unser auftrag abgeschlossen ist bringt alles was ihr findet hierher okie dokie also müssen wir ein paar sachen finden details emissions logbuch pflicht verhältnis warte 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 also mit ihnen reden müssen wir jetzt nicht er wird zwar noch angezeigt aber das werden wir wohl nicht machen müssen warte mal schauen wir schauen erstmal hier wo sind wir wir müssen dahin seht ihr das ok da lang gucken dürfen wir hier dürfen wir ok jetzt in die richtung ne in die richtung gucken wir mal dass wir erstmal hier so durchkommen gut sieht gut aus wo sollen wir jetzt hin hier hier waren wir noch gar nicht gewesen jans neu ok erstmal noch geradeaus was haben wir am arsch jetzt egal wir fahren weiter oh das soll irgendwie oben sein warte mal da ist so es leuchtet aber auf ne da tun wir uns auf jeden ich mache mich um euch wo dürfen wir uns nehmen ja sehr schön achso einfluss stufe 10 sollen wir bei ihm erreichen wir müssen also irgendwas zusammen sammeln vermutlich einfach mal können wir uns auch einsammeln da wir gehen mal wieder nach oben hin wir gehen mal wieder nach oben hin nee die kiste ist es nicht da dürfen wir auf keinen fall hingehen das ist ähm tödlich wir schauen uns mal kurz die details im äh ähm hier an hier du musst einfluss stufe 10 bei militärpolizei direktor rust erreichen um deinen einfluss bei rust zu steigern musst du informationen und illegale güter sammeln in denen du bandenmitglieder der schwarze sonne besiegst und kisten mit eingeschleuster schmuggelware was wir gerade aufgesammelt haben durchsuchst gib das material dann bei rust ab konzentriere deine anstrengung auf das untere büro atrium büro des industrie sektors auf nahe schadda also eigentlich hier wo wir jetzt sind also auch gegner besiegen material sachen zusammen sammeln dann gehen wir mal jetzt hier hin und sagen dir mal guten tag und hier nach vorne nehmen wir auch keine Mühe so 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 und Atelixion ich vermute mal da müssen wir ein paar silberlinge umliegen dann ist doch wieder eine kiste passt also nehmen wir jetzt mal die kiste NICHT STOP SET Danke so so den geschützen wie gesagt kommen wir nicht zu nahe das geht nur noch hinten los das geht nur noch hinten los ist da hinten noch eine kiste nein Lass uns mal da hinten nachschauen ob da eine kiste ist nein dort hinten sind ein paar silberlinge das tut jetzt ein bisschen weh haut aber alles hin wo kommst du denn herr kollege wo kommst du denn herr kollege wo kommst du denn herr kollege ah informationen die bekommen wir also auch von normalen das hat die 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 Sollen wir mal ein, Nana? Einmal kurz assimilieren, danke Machen wir hier weiter Ich weiß zwar nicht, wieviel wir jetzt zusammensammeln müssen Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung Ein bisschen Schrott verkaufen, das andere behalten wir alles Ach hier die Klamotten von einem Drohnenkuss habe ich wieder bekommen, ok Theoretisch brauchen wir die nicht Da ist wieder eine Kiste Ich weiß doch gar nicht, wieviel wir jetzt sammeln müssen Reicht das schon? Wir müssen wieder einmal ziehen zurück Und das mal überprüfen Können wir dann nachgucken, wieviel wir schon haben? Warte mal Ey Oh, da kommen dann noch ein paar mehr Leute Hehehe Da kommt Jungs Ein So Wenn wir schon mal dabei sind Ich habe gerade wieder eine Kiste gesehen, dann machen wir es hier auch noch gleich Helm Wir müssen mal ziehen, das bestimmt nicht wahr Danke Können wir denn überhaupt nachschauen, wieviel wir schon haben? Aber die Kiste nehmen wir auch noch mit Aber hier kann man auch wieder Ok Das läuft ja hier wie verrückt So Jetzt gucken wir mal nach Können wir das irgendwie sehen hier Missionsgegenstände wahrscheinlich Oh, guck mal wir haben schon eine ganze Menge hier Seht ihr das? Ja Vielleicht reicht das ja schon Dann schauen wir nach Die Kiste haben wir uns drin So, das war ganz zu Anfang, ja Dann machen wir mal zu Rask zurück Dann machen wir mal zu Rask zurück Oh ne, falsch rum Da lang Hier ist er Ich habe meine Einheiten überall auf Nar Shadar stationiert Aber abgesehen von Gerüchten haben wir wenig brauchbare Informationen So, was gehen wir denn hier? Ich habe hier, äh Ein paar Nische Funktionen ausgraben können Eure Kontakte sind gut Das wird eine riesige Hilfe sein So, Schmugglerware übergeben Damit kann ich was anfangen Ich kenne einen Informationsmakler Den man mit den richtigen Anreizen sicher zum Reden bringen kann Warte mal, äh nochmal mit den Kisten Und dann Fünf Kisten, so Damit kann ich was anfangen Ich kenne einen Informationsmakler Den man mit den richtigen Anreizen sicher zum Reden bringen kann So, haben wir noch mehr von diesen Kisten hier Damit kann ich was anfangen Ich kenne einen Informationsmakler Den man mit den richtigen Anreizen sicher zum Reden bringen kann Wir haben ihn jetzt schon auf Stufe 9 jetzt schon Mal sehen, können wir noch irgendwelche Noch mehr übergeben Ja, können wir Damit kann ich was anfangen Ich kenne einen Informationsmakler Den man mit den richtigen Anreizen sicher zum Reden bringen kann Da wir keine fünf Kisten mehr haben Das hilft uns weiter Langsam können wir das Gesamtbild besser zusammenstückeln Also eigentlich Dank euch habe ich überall auf Nar Shaddaa Einheiten Die nur darauf warten, die Stellung in der schwarzen Sonne anzugreifen Und das Sahnehäubchen? Wir haben erfahren, von wo aus ihr Boss die gesamte Operation leitet Dann verstehe ich, was dieser ganze Truppe soll Wir treffen die allerletzten Vorbereitungen Ich rufe meine stärksten Trupps zusammen, um das Hauptquartier der schwarzen Sonne anzugreifen Ein Platz ist doch frei, wenn ihr Interesse habt Ihr habt ihn euch redlich verdient Auf jeden Fall Danke Ich möchte das Finale nicht verpassen Das dachte ich mir schon Selbst unter Kriminellen Hat die schwarze Sonne den Ruf, extrem brutal zu sein Wir wissen nicht, wie viele es sind Aber wir können uns darauf verlassen, dass sie schwer verschanzt Und auf Gewalt aus sind Ich wette, dass ich ihre Spielereien ganz reizend finden werde Erinnert mich nicht an die Sachen, die euch Imperialen gefallen Wir sollten jederzeit loslegen können Seid ihr bereit? Bringen wir es zu Ende Versammelt euch, Todgeweihte Operation Sonnenuntergang beginnt Okay Dann tun wir das Kurz aufsatteln So Rask, wo finden wir dich denn jetzt hier? Da vorne, da müssen wir hin Also zieh dich geradeaus Ähm Achso Ich dachte, wo sind wir denn hier gelandet? Hier Schmierereien Graffiti Ich kümmere mich um euch So, da sind die Todgeweihten Alles wieder in Ordnung Ah, wir haben jetzt Rask an unserer Seite Okay Dann mögen die Spiele beginnen Dann mögen die Spiele beginnen So, hier haben wir schonmal Einen Bonus gibt es nicht Wir müssen hier einfach nur ausräuchern hier Warte mal Haben wir hier auch noch ein paar Leute hier, die weg müssen? Ah, hoppala Alles klar Alles klar Ratscha Hi Warte, wie bin ich hier? Okay As lange nicht, ich bin da gefangen Anfeine Haben wir auch noch einen hier? Ja, einen! Sieh an, sieh an! Ein Sith mit ein paar republikanischen Pfeifen! Wen du die so als Gesellschaft aussucht, lässt sie auch zu wünschen übrig. Hm. Alle, die ihr abmurksen konntet, kann ich eh nicht gebrauchen. Ihr Sith haltet euch für so hart, bis ihr ein Messer im Bauch habt. Und dann tut ihr ganz überrascht und heult rum, dass ihr zu etwas viel Größerem bestimmt seid. Wenn ich draufgehe, hört ihr mich nicht jammern. Die schwarze Sonne macht bei eurem Pflichtverein nicht mit. Aber das ist doch Sketch. Das ist doch eigentlich auch ein Gefährte gewesen, oder nicht? Oder riecht mich da jetzt? Entweder Rask verraten und Sketch nehmen. Oder... Tja. Echt? Wir können nur einen von den beiden Gefährten haben? Also Sketch ist auch ein alter Gefährte gewesen. Ich weiß nicht bei welcher Klasse jetzt, aber... Hm. Und Rask auch. Hm. Ich hab da durchaus ein Wörtchen mitzureden. Diese Entscheidung kriegst du nicht, genau. Okay, dann müssen wir jetzt... Ähm... Ja. Versiegen. Ah, okay. Oh, da sind auch welche. Das sollte helfen. Ja. Ihr meint der Leuchtstab da tut weh? Versucht mal einem Swoop-Schläger das Genick zu brechen, während seine Kumpels mit einer Ölkanne in euren Eingeweiden rumstochern. Ich kann euch auch mit einer halben Lunge besiegen. Ich muss nur kurz durchatmen. Er geht nirgendwo mehr hin. Ich werde den Aufräumteams die Freigabe erteilen. So, was machen wir denn jetzt hier? Also, du bist geschlagen. Sketch ergibt dich einfach, oder? Hast du das gehört, Sketch? Letzte Chance, noch einen Deal zu machen, bevor deine ganze Crew Befehle von Ross befolgen muss. Hm. Hm. Ich mache dies hier. Er gibt dich einfach. So lange ich noch atme, bin ich nicht besiegt. Ihn niederschlagen. Oh, warte mal. Durch diese Entscheidung ist Sketch dauerhaft nicht mehr verfügbar. Möchtest du wirklich vorfahren? Warte mal, und das andere ist? Sketch töten. Na toll. Ich kann die jetzt töten. Nein. Dann ist er nicht mehr verfügbar. Oder halt die Klappe ist auch nicht mehr verfügbar. Äh. Ja. Keines von beiden funktioniert. Seht ihr das? Abbruch. Wir werden, wir machen das jetzt hier. Ach. Also, man musste sich halt entscheiden. Entweder, äh, Sketch oder Rask. Na. Ist halt so. Oh. Alles eure Mission hier abgeschlossen? Ich muss noch mit dem Kommando reden. Aber ich kann bestätigen, dass unsere Arbeit hier getan ist. Der oberste Kanzler wird mit den Ergebnissen zufrieden sein. Ich melde mich, sobald hier alles erledigt ist. Die Legion wird ein neues Ziel brauchen. Und ich werde mir gerne euren Vorschlag anhören. Danke, Rask. Wir sind schon bald fertig. Okay. Sprich, Apparat Allgäu auf Odessa. Das machen wir dann jetzt hier. Und zwar, um da jetzt ganz schnell hinreisen zu können. Gehen wir jetzt hier hin. Ach, wir können ja direkt da hinreisen. Stimmt. Ah. Ich vergaß. Scotty, Energie. So. Admiral Allgäu. Ah, Commander. Er ist das Risiko gewohnt und tut, was die Mission von ihm verlangt. Er ist genau der, den wir brauchen. Ich sollte jetzt aber wieder weitermachen, Commander. Ihr habt jedenfalls gute Arbeit geleistet. Ja, dankeschön. Ah, jetzt sollen wir uns hier entscheiden. Waffe oder... Naja, nehmen wir Waffe hier. So. Erfolg abgeschlossen, Scash besiegt. Naja, ob das ein Erfolg ist, weiß ich auch nicht. Eigentlich wollten wir den ja nicht besiegen. Aber ich werde dann mal mit einem anderen Charakter da auch nochmal wieder hingehen und das genau umgekehrt machen. Ne? Um zu gucken, was dann passiert. So. Aber. Das war jetzt mal wieder eine ganze Folge gewesen. Und ich bände erstmal die Aufnahme jetzt hier. Jetzt haben wir Sergeant Rusk, haben wir jetzt auf unserer Seite. Einen pflichtbewussten Soldaten. Sehr fein. Und dann schauen wir mal nach, wie wir uns hier morgen krallen. Welchen Gefährten. Wir sagen wir schon noch einen schönen Tag. Und ja, schaut doch mal in den Kommentaren, wie ihr es findet. Oder einfach mal einen Daumen hoch. Wir würden mich überfreuen. Bis morgen dann. Euer Rode. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.